Das ist das, was auch gerade am Wahnsinn sieht, dass hier der Dreck fliegt. Ich krieg hier kaum noch Luft. Das ist der Dreck vom Karneweil. Mal sehen. Das ist der Dreck, der vom Karneweil übrig läuft. Und hier wird richtig abgestaubt. Ich krieg hier kaum Luft, aber... Das ist das, was im Fernsehen nicht gezeigt wird. Das, was übrig bleibt, auch ein Dreck mit Gebäse. Jetzt wird die Stadt eingestaubt hier sozusagen. Und da drüben kommen unsere Polizisten vom Einbauaufsendung. Und wie gesagt, das ist der Dreck hier. Und da sind unsere Polizisten, die Ansatzgruppe. Ja, da kommen noch so ein paar Kreuzritter. Ja, wie gesagt. Das hier zudem, die Abzelle Karneweil. Die macht den Karneweil zum Zug aus, wie ihr da seht. Die ganze Angelegenheit ist noch recht verdreckt. Ja, das ist das, was die Leute ja meistens nicht sehen hier. Der Dreck und der Müll, der eben hier übrig bleibt. Ist ja so reichlich gesäubert. Ja, wenn jetzt so viel vorbei ist, geht's richtig zur Sache, ne? Von Stabspullen und eben ganze Bierfässer. Und die Jägermeisterpullen, die großen Literpullen. Ja, so sieht das eben aus, wenn so ein Karnefallsumzug vorbei ist. Und ja, das bleibt ja mühbar vom Feiern. Ja, das war zu gut von den Notzufahrenjus aus Braunschweig. Dankeschön!